Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Gutes Essen. Leider. Mein Vorbild als Medienmacher? Ich sollte jetzt eigentlich Peter Turi sagen, sage aber Stefan Niggemeier. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Da fällt mir nix ein. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Hier liegen Sie richtig. Das war's für mich.